Wie erhöhe ich das Vertrauen in meinem Team? Wie ziehen wir alle am selben Strang? Und wie gebe ich ein gutes Feedback? Diese und ein paar andere nicht ganz unwichtige Fragen rund um Zusammenarbeit beantworten wir am Herbstseminar von Coiffeur Suisse. Ich bin Roman und das ist Michael. Wir sind die Autoren des Buches Zusammenarbeiten und freuen uns schon jetzt, dich in Interlaken kennenzulernen. Bis dahin. Go Team! Go Team!